2005 geisterte die Pressemitteilung durch die Medien, BMW geht in die Kompaktklasse mit einem reinen Sechszylinder. Eigentlich super clever, denn vorne seidenweicher, elastischer Antrieb, angetriebene Achse, hinten, das heißt, sehr neutrales Einlenkverhalten, viel Spaß sollte es bringen. Und das brachte es 2005 dann auch, als das Fahrzeug in den Markt eingeführt wurde. Ich war da Anfang der 20er Jahre und hatte den Führerschein wenige Jahre, konnte den Wagen dann auch eine Zeit lang fahren und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Jetzt, knapp 20 Jahre später, bin ich ein bisschen gesetzter, habe zwei Kinder und finde Komfort eigentlich auch ganz cool. Und rein elektrisches Fahren hat auch irgendwie mittlerweile seinen Reiz gefunden bei mir. Also, was findet sich denn dann so heute in der Kompaktklasse, was dem ungefähr Rechnung trägt, was der BMW 130i damals war? Da hat Volkswagen jetzt eben was Interessantes für euch. Wie ihr schon gesehen habt, das ist nämlich der neue Volkswagen ID.3 GTX. Der kommt in zwei Varianten, als normaler ID.3 GTX und als ID.3 GTX Performance. Was der kann, das werden wir heute genauer klären. Fahren dürfen wir ihn leider noch nicht, das Kennzeichen fehlt. Dennoch werde ich euch heute mal alle wissenswerten Infos zu dem Fahrzeug präsentieren. Wenn euch das Ganze gefällt, dann bleibt jetzt dran. Schenkt dem Kanal gerne ein Abo. Schreibt mir eure Jugenderfahrungen oder ähnliches unten in die Kommentarbox. Lasst uns gerne diskutieren am Ende des Videos. Vergesst ein Abo des Kanals nicht. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Vorstellung des neuen VW ID.3 GTX. Die drei Buchstaben GTX stehen für die sportlichen Aushängeschilder der ID-Familie. Was sozusagen bei den Verbrennern die GTI Modelle waren. Eins hatten alle GTX Modelle bis dato gemein. Sie hatten nämlich zwei angetriebene Achsen. Der ID.3 GTX ist der erste GTX, der lediglich eine Antriebsachse hat. Und das ist die am Heck. Dennoch bringt der ID.3 GTX nicht nur mehr Leistung und ein bisschen optisches Zielrad mit. Sondern er bringt auch wesentliche technische Veränderungen für die gesamte ID.3 Baureihe mit. Was das ist, das werden wir dann später sehen. Jetzt gehen wir aber erst einmal auf die optischen Änderungen beim speziell ID.3 GTX ein. An der Front sehen wir einen komplett neuen Stoßfänger. Der hat auch ein neues Tagfahrlicht bekommen. Hier in einer pfeilartigen Form. Des Weiteren haben wir einen größeren Lufteinlass unten mit Wabenstruktur. Und wir sehen auch hier schon an dem Kings Red lackierten Fahrzeug die hochglanzschwarzen Elemente. Die für die GTX Modelle jetzt auch sehr spezifisch sind. Der ID.3 GTX kommt stets mit einem schwarzen Dach daher. Hat auch stets schwarze Außenspiegelkappen, schwarze GTX Schriftzüge. Und eben hier auch einen hochglanzschwarzen Schweller. Zudem steht er stets auf 20 Zoll Leichtmetallräder. Das hier sind auch übrigens die neuen Leichtmetallräder, die mit dem GTX dann Einzug finden. Die gibt es wahlweise hochglänzend Aluminiumfarben oder in komplett hochglanzschwarz. Je nachdem, wie man das möchte. Die hinteren Scheiben sind ebenso abgedunkelt. Und wir haben einen verlängerten Dachkantenspoiler. Und am Heck gibt es dann auch einen neuen Stoßfänger mit einem Art angedeuteten Heckdiffusor, auch in hochglanzschwarz. Die neuen Rückleuchten leuchten jetzt weiter hier rein. Das haben aber schon alle ID.3 Modelle bekommen mit der Modellpflege im Jahre 2023. Unverändert ist, die Heckklappe öffnet stets manuell und gibt einen gut zu beladenen 385 Liter großen Kofferraumpreis. Doppelter Laderaumboden, leider kein Frunk für die Ladekabel. Die müssen hier eben in den Kofferraum untergebracht werden. Die Rücksitzlehne ist im Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel umlegbar und erweitern dann eben den Kofferraum durchaus zweckdienlich. Es gibt auch eine Durchreiche in der Mitte, etwa für lange Gegenstände oder für Skier. Hineingehen sollte hier eigentlich so ziemlich alles. Also in den Kofferraum zumindest, in den Innenraum, da gehören die Gäste rein. Und heute bin ich der Gast hier, also gehe ich jetzt rein und ihr kommt mit. Im Fond ist der Sitzkomfort unverändert beim ID.3 GTX. Die Bank ist etwas zu flach über dem Boden montiert, dadurch sitzt man etwas angewinkelt, hat aber genügend Knie- und Kopffreiheit. Isofix-Möglichkeiten gibt es an den Außenpositionen im Fond und am Beifahrersitz. In der ersten Sitzreihe nehmen dann Fahrer und Beifahrer auf äußerst bequemen Sportsitzen Platz, die jetzt auch GTX gebrandet sind. Und serienmäßig gibt es einen speziellen Stoff, den wir bis jetzt noch nicht sehen konnten. Oder aber hier das Art Velour, das heißt wir haben hier so einen Velour-artigen Stoff und wir haben eine Kunstlederbespannung zusätzlich eben. Und das ist ja GTI, GTX typisch. Überall rote Zierelemente oder eben Kontrast-Stitching, was wir jetzt hier haben. Es gibt auch zwei Sitze, den normalen Sportsitz und einen Ergo-Active genannten Komfortsitz, der dann eben noch mit Massagefunktion ausgerüstet ist, der nochmal für einen besseren Langstreckenkomfort sorgen soll. Wesentliche Änderungen gab es allerdings hier im Innenraum und das wird jetzt eben sehr interessant werden für viele ID.3-Interessenten unter anderem. Denn der Fahrwählschalter ist vom Display weg und man hat jetzt hier einen eigenen Lenkstockhebel integriert. Das sind die neuen Lenkstockhebel, die im ID.7 Premiere fanden. Ich finde, die sind deutlich besser. Aufgeräumter wirkt das Ganze jetzt. Sie sind etwas solider auch, weil sie ein bisschen dicker sind und bieten hier auch eine bessere Bedienbarkeit. Der Blick fällt dann auf dieses kleine, unveränderte Display. Das gibt jetzt allerdings eine Mehranzeigenvielfalt preis, genauso wie das Augmented Reality Head-Up Display. Auch das ist mit mehr Informationen gefüttert worden. Das ist eher so eine Software-Geschichte. Bisschen schade finde ich persönlich, dass man noch nicht auf die physischen Tasten umgestellt hat, sondern weiterhin hier diese touchsensiblen Flächen hat. Dafür gibt es allerdings jetzt ein GTX-Branding und ein rotes Stitching am Lenkrad. Neu auch zusätzlich ein komplett neues Infotainment-Display und eine komplett neue Infotainment-Software. 12,9 Zoll bietet jetzt das Display mit einem beleuchteten Schneider. Das war ja ein großer Kritikpunkt vieler Kunden zu Recht auch. Und mit der neuen Bedienstruktur funktioniert das Ganze auch etwas intuitiver. Wir haben jetzt oben Direktwahltasten und unten Direktwahltasten, wo wir schneller zu dem Ziel kommen, was wir uns dann eigentlich hier drinnen suchen. Zudem haben wir einen Homebutton, mit dem wir immer zurückkommen. Aber die Hauptansicht ist weiterhin geblieben mit großen Kacheln, sehr bedienerfreundlich. Während der Fahrt kann man da auch ganz gut und zielsicher, vor allem ohne Ablenkung, gut drauf zugreifen. Das System hat jetzt auch eine schnellere Chip-Technologie und funktioniert auch deutlich schneller in der Berechnung, wie wir sehen können. Alles funktioniert sehr reibungslos. Dass es auch zuverlässiger funktioniert, haben wir beim ID.7 gesehen, der die gleiche Bediensoftware hat, allerdings mit einem 15 Zoll Display, das jetzt hier allerdings zu groß gewesen wäre und hier auch nicht reingepasst hätte. Zudem wurden auch die Assistenzsysteme angegriffen. Der Travel Assist wurde jetzt auf den Connected Travel Assist upgegradet. Bedeutet, der greift jetzt auch noch auf Schwarmdaten zurück und lernt auch zusätzlich bekannte Strecken kennen. Somit kann er sogar dann eventuell auch bei bestimmten Strecken, wo keine Linienführung ist, kann er sogar eben dann auch das teilautonome Fahren von sich aus umsetzen. Das waren die wesentlichen Änderungen hier drinnen. Jetzt kommen wir allerdings zum technischen Update und das schauen wir uns draußen nochmal an. Wie es sich für ein Performance-Modell gehört, gehört dazu natürlich auch das Thema Laden und Akku. Wir haben jetzt einen deutlich performanteren Akku, 79 Kilowattstunden Netto-Speicherkapazität trägt er an Energie mit sich rum und geladen wird er mit einer Peak-Leistung von bis zu 175 kW, also sehr schnell. Und die Ladezeit, die ja wichtig ist, sind 10 bis 80 Prozent erreicht, der ID.3 in rund 25 Minuten an der öffentlichen Ladesäule. Der Akku kann auch vorkonditioniert werden, entweder manuell oder aber automatisch mit aktiver Routenführung. Das ist natürlich essentiell, gerade bei kühlen Außentemperaturen, dass man dann auch einen stets gut vorgewärmten Akku hat, wenn es darum geht, möglichst schnell zu laden. Das Wichtigste gibt es natürlich zum Schluss und das ist die Power. Die APP 550 genannte Elektromaschine am Heck leistet im GTX-Modell 210 kW, 286 PS nach alter Währung. 545 Newtonmeter ist auch beiden gemein, dem GTX und dem Performance. Allerdings hat der Performance noch ein bisschen mehr, Power-Software-Technisch haben sie da noch ein bisschen mehr Leistung der Elektromaschine abverlangt. Die hat dann 240 kW, um jetzt das Ganze dann in noch weiteren Zahlen, Daten, Fakten zu liefern. 6 Sekunden von 0 auf 100 der Standard ID.3 GTX. Der Performance darf in 5,6 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und der Performance darf auch etwas schneller in der V-Max laufen. 180 kmh der ID.3 GTX und der Performance ist das erste Modell der ID-Familie, das 200 Stundenkilometer laufen darf. Es wurde explizit betont, das erste Modell bedeutet, da wird sicherlich noch was anderes auf uns zukommen, was auch 200 Stundenkilometer schnell sein wird. Der ID.3 GTX macht seine Sache optisch schon mal sehr gut, wie ich finde, es steht ihm alles sehr gut. Fahren wird er sich hoffentlich auch so geil, wie ich es jetzt irgendwie erwarte. Also soll es da einen Fahrtermin geben und ich bin eingeladen, dann werdet ihr natürlich davon profitieren können. Dennoch preislich muss man jetzt natürlich auch mal sagen, wo ordnen wir denn den ID.3 GTX vermutlich ein. Es wurde natürlich jetzt in diesem frühen Stadium, wo wir das Video hier drehen, noch kein Preis kommuniziert. Aber wenn wir mal so ein ID.3 Pro S nehmen und ein bisschen die Ausstattungsoptionen mit reinrechnen, die der ID.3 GTX ab Werk mitbringt, plus eine größere Batterie, rund 80 PS mehr Leistung, deutliches Drehmoment, schnellere Ladeperformance, verbessertes Infotainment-System. Ich glaube, ihr ahnt, was das bedeutet, oder? Das wird teuer. Ich rechne mal mit einem Einstiegspreis von nicht unter 55.000 Euro für den ID.3 GTX. Die Performance-Variante würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass die dann nochmal gut 3.000 Euro mehr kostet. Zumal die GTX Performance-Variante ab Werk unter anderem nämlich das essentielle adaptive Fahrwerkssystem mitbringt, das jetzt auch das sogenannte Sport-DCC ist. Also da ist auch hier fahrwerkstechnisch nochmal nachgelegt worden. Das Fahrzeug wurde auch hier nochmal angepasst und soll dann eben auch wirklich viel Freude am Fahren bereiten. Und da sind wir auch schon wieder beim eingangs erwähnten Thema Freude am Fahren. Das war eben tatsächlich damals der Leitspruch bei BMW. Den hat man aber aufgegeben. Jetzt wäre er wieder frei. Vielleicht wäre das was für den ID.3 GTX. Schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr zum ID.3 GTX sagt. Ich bedanke mich, dass ihr reingeklickt habt. Ich bedanke mich beim Daniel hinter der Kamera und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi. Tschüss und Servus, euer Ubi.